Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass wir wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad4Productivity und dem aktuellen Schwerpunkt Zubehör. Sie wissen ja, ich präsentiere im Regelfall mit meinem 12,9 Zoll iPad Pro der neuesten Generation und das hat einen USB-C Anschluss. USB-C ist ja ein Standardanschluss, der jetzt auch von Apple zumindest bei den iPad Pros mit übernommen wurde und das ermöglicht auch den Einsatz von Drittadaptern und Drittzubehör, da dann USB-C doch ein eher etwas standardisierterer Anschluss ist. Allerdings funktioniert auch nicht alles. Also Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte schon mal eine Episode gemacht, als das ganze Ding neu rauskam, hatte dort alle möglichen Adapter ausprobiert und eines der Dinge, die ich zuerst ausprobiert hatte, inwiefern ich die Möglichkeit habe, per USB-C auch ein Displayport, also ein altes Apple-Display anzuschließen und das funktionierte leider nicht. Was aber eben ja natürlich wie bisher auch funktioniert, ist der Anschluss von Beamern, von Monitoren über HDMI und über VGA. Und jetzt sagen viele immer wieder, Mensch, per Kabel was anschließen, das ist ja sowas von 1980. Ja, vielleicht, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Kabelverbindung einfach so gut wie immer funktioniert. Auch nicht immer, also ich erlebe es dann manchmal auch, dass dann Adapter und Umschaltpulte gerade bei größeren Bühnen dann ab und zu mal zicken. Aber eine gute Idee ist vom Grundsatz her immer, die Standard-Apple-Adapter auf alle Fälle dabei zu haben, denn auch hier, wenn Sie Updates haben, beispielsweise auf neue Betriebssystem-Versionen, dann ist eigentlich immer sichergestellt, dass die immer funktionieren. Allerdings gibt es darüber hinaus eben auch noch Drittadapter, die vor allen Dingen deutlich günstiger sind und wo Sie Kombiadapter haben, wo eben sowohl HDMI als auch VGA funktioniert. Ich habe verschiedene ausprobiert und so wie ich ja manchmal sage, Mensch, wenn ich gucke, was die meisten machen so mit dem iPhone, dass sie telefonieren, dass sie WhatsApp machen, dass sie E-Mail schreiben, da brauche ich ja kein Telefon für 1400 Euro, da reicht mir auch ein China-Gracher für 80 Euro. Kann ich das jetzt weiterführen für das Thema der Adapter? Brauchen Sie nicht zwei Apple-Adapter für jeweils 50, 60 Euro, sondern es reicht Ihnen ein China-Adapter für 17 Euro. Und zwar den Leopo 5 in 1 USB-C Hub Multiport Adapter. Und wenn Sie sich diesen Begriff nicht merken können oder wollen, müssen Sie das nicht, denn Sie können einfach auf meine Seite jackelteam.de und dann finden Sie unter Service Zubehörempfehlung auch diesen Adapter. Dieser Adapter hat eben mehrere Ausgänge. Er hat eben einen VGA-Ausgang, er hat einen HDMI-Ausgang. Und jetzt sagen viele, ach VGA braucht doch kein Mensch. Ja, manchmal, ehrlich gesagt, braucht man VGA doch, weil nicht jeder Beamer dort einen VGA-Ausgang hat. Das nächste, was der hat, ist eben ein USB und er hat einen HDMI, ein Audio-Out. Und das Geniale dieses Adapters ist, wenn Sie per HDMI rausgehen, dann kriegen Sie den Ton trotzdem über die Klinke. Und weshalb ist das wichtig? Das ist eben wichtig, weil normalerweise das iPad den Ton eben über HDMI rausgibt. Und ich habe das jetzt erst vor kurzem gehabt bei meinem Vortrag bei Marketing Club in Nürnberg, dass ich dort einen HDMI-Anschluss hatte und eben einen Klinkenanschluss, weil dort darüber der Ton abgegriffen wurde. Und wenn ich jetzt den Standard-Adapter von Apple habe, dann habe ich da eben nur einen HDMI-Anschluss. Kriege eben den Ton nicht raus. Da kann man jetzt tricksen und kann sagen, okay, ich habe einen VGA-Aus und setze den entsprechend auf HDMI um und splitte dieses Signal in Audio. Dann habe ich nur einfach immer Qualitätsverluste, weil ich erstmal ein analoges Signal rausgebe und das in ein digitales dann umwandeln. Also da haben Sie dann entsprechend immer Umwandlungsverluste. Das Geniale ist bei diesem Adapter, den ich mittlerweile eben einsetze, ist es so, dass Sie eben ein HDMI haben und dass Sie dort trotzdem eben den Ton entweder über Klinke ausgeben können oder auch über Bluetooth. Denn häufig ist es so bei diesen Adaptern, dass Sie dann eben zwar den dort auch umschalten können, Ton per Bluetooth, aber dann geht auch das Bild auf einmal weg. Also das sind auch immer die Dinge, die ich immer wieder erlebt habe und es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Auflösung des entsprechenden Beamers ist. Also deswegen empfehle ich dort diesen. Ja, jetzt die nächste Frage. Moment mal, wenn ich jetzt VGA habe, geht dann die Klinke? Das Blöde ist, bei diesem Adapter geht die Klinke nicht. Das Gute ist aber, es gibt sehr kompakte, kleine Adapter, auch diesen finden Sie bei mir auf der Seite, wo ich HDMI auf VGA ausgeben kann. Und dann ist es so, dass Sie dann einfach sagen, okay, ich nehme praktisch den HDMI-Ausgang, an den HDMI nehme ich diesen kleinen Adapter für VGA, da kommt dann das VGA-Bildsignal raus und über die Klinke greife ich entsprechend den Ton ab. Also deswegen hier dann wirklich die Universal-Lösung nochmal mit einem HDMI auf VGA-Adapter und aus der Klinke beziehungsweise über Bluetooth kriegen Sie den Ton entsprechend raus. Ja, es gibt noch eine schöne Alternative, so eine kleine von Satechi, einfach so, das Ding heißt Satechi Typ C Aluminium Mobiler Pro Hub Adapter mit USB-C. Ding ist eigentlich eine gute Idee, wo ich sage, ich habe leider keinen VGA-Anschluss, sondern nur ein HDMI, den ich aber eben auch über den Adapter rausgeben kann. Das Blöde ist nur, ich kriege da über die Klinke das Tonsignallicht raus. Und das ist, wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen den Ton nicht, dann ist das ein sehr kompakter, toller Adapter, den Sie eben auch über den Adapter auf VGA entsprechend umsetzen können auf VGA. Blöde ist nur eben, ich habe weder per Klinke noch per Bluetooth dort das Audiosignal verbinden können, also vor dem Hintergrund macht das weniger Sinn. Das Ding kostet eben auch irgendwie 60, 70 Euro. Also deswegen empfehle ich wirklich den Lay OPPO 5 in 1 USB-C Multiport Adapter. Der kostet 16,99 Euro bei Amazon. Ist schwarz, ist also dezent, hat ein kurzes Kabel dabei, funktioniert aus meiner Sicht gut. Die Anschlüsse sind auch weit genug voneinander entfernt. Man kann auch ein VGA-Kabel entsprechend verschrauben, wenn man das Ganze möchte. Sie können das ganze Ding auch laden und der USB-Anschluss unterstützt unter anderem auch den Präsenter von DOSEL. Das heißt, hier können Sie auch den DOSEL-Adapter, den ich in der letzten Episode einmal etwas intensiver beschrieben habe, den können Sie dort auch mit anschließen und laden können Sie das Ganze auch. Wenn Sie das Netzteil an- und abschließen oder eben den Präsenter an- und abschließen, dann ist es so, dass er manchmal das Bild kurz verliert. Da muss man einmal kurz nochmal den Adapter ziehen und wieder reinstecken, aber den verbindet er dann entsprechend auch wieder schnell. Also vor dem Hintergrund empfehle ich diesen Adapter und für 17 Euro, wie gesagt, sehr, sehr günstig. Ich persönlich bin da vielleicht ein bisschen paranoid, habe aber immer zwei oder drei Adapter dabei. Vielleicht nochmal abschließend einen kleinen Tipp. Manchmal hilft es durchaus, ein USB-C oder auch Lightning-Adapter einfach mal andersrum reinzustecken in das Gerät. Sie haben immer zwei Möglichkeiten. Von der Theorie her sind die verpolungssicher, also es ist völlig egal, wie Sie es reinstecken. In der Praxis erlebe ich aber manchmal, dass es durchaus ein Unterschied ist. Was ich auch empfehle, ich habe immer dabei 5 Meter HDMI-Flachbandkabel, 5 Meter VGA-Flachbandkabel, also auch eine gute Idee, seine eigenen Kabel dabei zu haben. Denn ich erlebe es immer wieder, dass dann doch das Kabel ein bisschen zu kurz ist. Und ich habe mittlerweile sogar ein 5 Meter Stromkabel immer dabei, so ein kleines, dünnes Verlängerungskabel. Also das heißt hier, lieber mal ein Kabel zu viel mitgenommen als 30 Zentimeter zu kurz. Das ist dann erfahrungsgemäß immer etwas ärgerlich. Und auch gerade, wenn Sie so wie ich öfter als Vortagsredner unterwegs sind, dann machen Sie das Leben der Monteure, der Techniker eben auch einfacher, der Veranstaltungstechniker, wenn Sie eben easy sind, wenn Sie sagen, kein Thema, ich habe einen entsprechenden Adapter dabei, ich habe ein Kabel dabei und wenn die Strippe mit dem Strom zu weit weg ist, kein Thema, ich habe nochmal ein Verlängerungskabel dabei. Also die Dinge auch nochmal mitnehmen. Vielleicht auch nochmal zum Thema Kabel verstecken, kleiner Tipp. Ich lasse mir im Regelfall ein Stehtisch geben und ich habe nochmal ein weißes und ein schwarzes Geschenkband dabei, was so zwei, drei Zentimeter breit ist. Da kann ich dann nochmal, wenn kein Schleifenband dabei ist, nochmal sowohl in weiß als auch in schwarz ein Schleifenband drumherum binden, wo ich dann die Kabel auch dezent verstecken kann. Idealerweise natürlich, wenn Sie dort eine Husse haben über diesen Stehtisch, die zweigeteilt ist, also dass Sie eine Husse für den unteren Teil haben, dann einfach oben drüber nochmal so ein Tischtuchart praktisch nochmal oben drüber machen. Hat man aber leider nicht immer. Also vor dem Hintergrund nochmal mit dem Geschenkband nochmal ein kleiner Tipp, der dann nochmal hilft, auch Kabel entsprechend so zu verstecken, dass Sie auf der Hinterseite dieses stetisches Laufen und von vorne nicht mehr zu sehen sind. Ja, das zum Thema der Kabel, der Adapter und mit VGA, mit HDMI. Natürlich können Sie das Ganze auch drahtlos per Apple TV und anderer drahtlose Dinge machen. Meine Erfahrung ist nur, dass bei drahtlos, gerade wenn man mit größeren Videos arbeitet, das dann doch am und zu mal ruckelt. Also vor dem Hintergrund bin ich immer ein großer Freund des Kabels und dabei haben sollte man so ein Ding immer. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn wir uns dann mal das Thema Hüllen und Tastaturen für das iPad Pro 12,9 Zoll 2018 anschauen. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg, Ihr Thorsten Jirke. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jirke und ich mache Unternehmen mit dem iPad produktiver.